Herzlich Willkommen zurück und tut mir leid, dass die letzte Folge etwas länger wurde. Ich war so begeistert, dass ich endlich mal ein bisschen was mit ihm tun konnte. Was weißt du? Achso, da hast du das Hygiene-Problem. Die Hygiene stehe auch mal wieder auf. Du kannst dann Abendessen servieren. Macaroni mit Käse. Das muss brennen. Bisherzeitig keiner. Es wird langsam zu heiß. Hat er Spaß? Hat Spaß? Hervorragend. Und weil daraus ein Pressungsopfer, wird er dort sicher auch finden können. Die Hygiene ist schlecht gegangen. Die Spannung. Das erste Mal, dass sie das macht. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Ja, ich hab die Hygiene. Dann können wir ihn nachher sauber machen. Dann können wir sie erst. Glückwunsch! Tina hatte für die Fähigkeit kochen, soeben Level 2 erreicht. Die Hygiene kann jetzt gefüllten Schnee und klebrige Carbonara zubereiten. Lecker! Warte, Kevin! Stell dich nicht so an. Seine Laune ist wirklich perfekt. Das ist doch schon mal ein Schuss. Ich habe die Hygiene nicht mehr geholfen. Ja, die Hygiene nicht mehr geholfen hat. Das war's für die Hygiene. Die Hygiene nicht mehr geholfen. Die Hygiene nicht mehr geholfen. Bist du da jetzt ins Bild laufen, dafür nehmen wir dich nachher aus. Alles, was natürlich aussieht oder schmeckt Ecclesims an, weil Sim stempen und Sing behebnet ist. So, und wenn das so etwas ist dann... Ich seh mal, wenn ich da auf den Balken bin. Hoppla, die Leistung ist ja im Negativen. Naja, wahrscheinlich auch heute einen kurzen Fieldtrip hat er. Hey, nicht weggehen. Ich muss dich doch noch auf... äh... Entschuldigung. Ausnehmen wir nicht. Sobald ist er alleine... Bist du? Heinrich Schimmi. Ich denke, wir werden uns gleich mal lernen. Mhm. 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 So. Kevin muss jetzt auch was essen. Er findet, dass Mirko okay ist, das wird sich gleich ändern. Das ist Rib. Das ist ein Böse. Das ist ein Böse. Das ist ein Böse. In ein paar Tagen ist Kruseltag. Ab morgen können Kinder und Teenager ihre Nachbarn besuchen und um Süßes oder Saueres bitten. Ja. Vergiss nicht, dein Kostüm vorzubereiten. Mirko am Heimrich Schimmi 390 Simoleons haben. Ich geh jetzt nach Hause. So, komm jetzt aber... Wie... Einmal noch heimlich genug. Ich hab das angefangen, und ich mag diesen Schimmi machen. Das ist alles. Und ob sie jetzt nicht bonne sind. Wie geht denn? Wie geht denn? Was ist die enquelerin? Ich hab die Anubi als Kind. Er. Uh. An ihrer Ehrarbeit. Wah. Oh. 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 Als Kinds am Abend ist auch passiert. Um es zu spät und wie Zeit ist er. Sofern er es nicht vergisst, Balaura. Ich zieh, den riechst von der Sonne. Schmeiß! Du musst nur dringend was tun. Das ist doch kein Gerbering. Ich muss nur machen. Schmerz. Oh! Oh! Oh, die kann man! Oh, die kann man! Ja! Hey, die kann man! ganz schön! Oh, die kann man! Da kommt Tina, beide sind todmüde und Sascha ist verwacht. Da kommt Tina. Das ist richtig klar. Das ist richtig klar. Das ist richtig klar. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Das ist ja so schön! Wie geht es? Ja, ich bin ganz schön! Komm mal hier ab. Papa geht auch schnell! Das ist ja mal! Oh, doch, doch. Ja, ich bin ganz schön! 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 Auf alle Orden und unten So, dann komm! Dann kommt manque noch Hassaufgaben Bööööööö Seite von... Papa! Ähh... Ehh... Nein, komm! Gibt's da schon noch was zu essen? Oh, uber! Ihr Schlimi! Die Bilele! Das haben wir aber bei Schnauern. Ah, da ist Kevin reingesetzt. Äh, Sascha reingesetzt. Ohne ihn. Gegenarm zu geben. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich hab noch alles geholfen. Das ist so, dass ich mich nicht dankbar habe. Und das ist alles gut. Ich muss bei mir das wieder jetzt kommen. Das ist... Nein, man kann nicht schlafen gehen, wenn man so mal noch rauskommt. Hä? Halt Sascha raus? Das ist alles, was du selbst sagst. Und dann kannst du die böse Träume. So, ich muss sagen, nachdem die Folge gestern zu lange war, kürzlich die heutige jetzt. Kevin wird heute erwachsen, ähm, Kind und hat immer noch nicht gelernt zu laufen und immer noch nicht gelernt zu sprechen. Oh, weh, unsere Eltern flichten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. noch mal. Jedenپsせて rät auf D��다illon. Du toutes bist du lieber zu haben und hier seitdem doofür stammt. dest... dannhorst du auch noch stealsconformat. Dipper geht esmee dazu,אש Mach ab,onner Threekdysze,